Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Vlog. Diesmal geht es für 7 Tage an den Goldstrand. Bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich nochmal auf das kommende Video aufmerksam machen. Und zwar wird nächste Woche ein Q&A Video erscheinen, von dem ja nochmal gerne ein paar Fragen in die Kommentare schreiben. Und im Q&A Video wird dann auch der Gewinner des CR7 Giveaway Preise geben. Von dem her wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video und bis später. So, im Q&A war der Flug sehr, sehr langweilig. Von dem haben wir jetzt ein extrem unglaublich kreatives Spiel überlegt. Was man wahrscheinlich aus den letzten beiden Talkshows mittlerweile schon kennt, aber ich denke, ist trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr witzig. Das rufen muss man. Von dem her haben wir jetzt eine kleine Challenge. Und zwar, ich stelle mit dem Kollege hier, habe ich dich gerade kennengelernt, gell? Also, die reichen nochmal? Ja, ich weiß. Weißer, oder? Wir haben uns ein kleines Spiel überlegt. Und zwar hat er die Kopfhörer auf und ich sage ihm weiter und er hört ihn natürlich, weil er Musik bei der Kopfhörer kommt. Du musst erraten, was kein Wort ich sage. Kann man gleich nur gucken, ob man es nicht versteht. Mit Sicherheit, ne? Was? Was? Fährt. Fährt. Berg. Fährt. 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 Landung. Leistung. Landung. Leistung. Landung. 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 Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach sage und schreibe zwei Stunden Schlaf geht's wieder zurück nach Deutschland. Ja, 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 da denkt man man hat einen anstrengenden Teil hinter sich, jetzt muss man noch sechs Stunden im Zug fahren, was gibt's geileres? Micky, sag mal was cooles. Was cooles?